Hi, hier ist Manuel, liebe Zuschauer und liebe Zuschauer, hier ist Menschenrecht mit Zelt von Manuel. Ja gut. So, wenn ihr bereit zu lernen habt, ich habe einen YouTube-Trailer gemacht, dann schaut ihr das an, bevor ihr euch komplett nach YouTube auch anzuschauen, auch hier. So, was der Heilgeist mir gezeigt wurde auch für euch und für mich auch. So, Thema oder ich bin von der Geburt hat der Teufel im unsichtbaren geistlichen Gefängnis gestellt, als ich unbewahrt wurde von meinem leiblichen Vater. Als mein Vater nicht gewahrt habe, kam, hat der Feind Angriffe mich an, wurde ich ein geistliche Gefängnis, der geistliche Gefängnis ist Behinderung oder Störung und so weiter. Geistliche Gefängnis kann auch in geistliche Gefängnis, weil mein Vater nicht abgelehnt wurde und nicht gewahrt. Ich wurde im geistliche Gefängnis gesteckt. Schöne, in einem geistlichen Gefängnis. Mein schöner König, Kleider von König und Sohn Gottes, gleich beschuldet, als schlimmste, eigentlich als schlimmste Stunde der Welt. Meine Mutter hat es, Familie hat es nicht gesehen, dass ich 30 Gefängnis war. Sie war zu viel Sorge für meine ganze Familie, sogar Gottes Mann, gar nicht. Weil wir Protest davon waren, im Reich Gottes wurde uns angegriffen, auch im Reich Gottes Missionieren, auch vor Ort zu machen. Deswegen wurde uns angegriffen und ich wurde entführt, in unsichtbarer Ebene, im Ukulbereich. Die Satanisten haben versucht, Flüge zu legen, weil wir damals außer Gottes schuld waren. Auch damals war Hunia mit der Einstieg des Ukulismus auf, im Deutschland. So ist es bei uns auch bei Familie passiert und sie setzt die Familie nicht. Ich wurde besessen, der Satan hat mich kontrolliert, da mein Vater nicht mich damals geschult war. Geschule lassen. Wie fein, wie fein, könnte es auch 1160 oder die Waffe größten. Wenn ich geschult wäre, wäre es ein bisschen anders gelaufen. Wenn ich nicht greiflich Gefängnis wäre, vielleicht anders gelaufen. Ich werde nicht Autismusstörungen oder Anbinderung auch. Aber ihr versucht immer greiflich, die Gefängnis in das Element der Welt reinzustecken. Mein Königkleid ist beschuldet, dass ich, ich sei beinahe, krank, beinahe und sünder. Die geistige, unzübber Gefängnis, Beinahe, steuer, krankheit, Sünde, Herze, Element der Welt. Ich werde mich dagegen, mich reinzustecken und setzen Grenzen, wenn ich bei euch einmal tut. Das geistige, das geistige Gefängnis und Beinahe, steuer, krankheit, Sünde anwenden. Ich werde mich dagegen reinzustecken und setzen Grenzen auf. Wenn ihr einmal tut, ich bin 2005 aus dem geistigen Gefängnis Krauss. Ich möchte nicht wieder rein. Wenn ihr, wenn sein muss, werde ich euch anzeigen, wegen Verbreitung und geistige Gefängnis zu stellen, dass ich Behinderung oder Beinahe oder Beinahe oder Beinahe. Das sind mache auch Verantwortung von mir. Ich wurde von klein auf von der geistigen Gefängnisreise, als mein Vater nicht gewacht wurde. Wurde laufe Zeit im Gefängnismarkt Kommen. Wie? Sie meinen, solange ihr, solange ihr mal ein geistiges Gefängniszustand gewaltig ist, ihr beherrscht, dass ich finde und sowas landet ihr in der Hölle. So einfach. Ihr müsst böse tun, einfach aufhören, so geistig Gefängniszustand, sondern oder sonst landet ihr höllig. Das ist der Richtlinie von Erweiterung, Menschheit und Erweiterung. Das ist Bibel. Der Herr will sowas nicht mit Erwachsenen Bürger nicht haben. Nur ich nicht habe. Der ist raus aus dem geistigen Gefängnis raus. Barbeerisch oder namerisch, die ist noch im geistigen Gefängnis gesteckt. Muss noch zu frei werden und muss hinausgebracht aus dem geistigen Gefängnis den Erwachsenen Himmelböhr dürfen. Das ist strafflos. Der Erwachsenen Himmelböhr ist das Ziel, dass das geistige Gefängnis und nicht auch aus dem geistigen Gefängniszustand durchreicht und nicht umgegangen wird. Wie ich als meiner Meinungste empfiehlt, ist es falsch aussah, dass der Diagnose fährt, sowohl wie Aktion 2015 und auch 2015. Zum Beispiel leiblich Vater Steve. Er hat einen Christophie-Führer und als Mütter spiele ich nicht, was er verkauft. Ich habe 2007 geistige Unterdrückung zusätzlich in mein Leben gekauft, weil ich satanreich gewesen und mich erkunden wie Josef Kalle durch die geistige Gefängnis noch mal rein. So, das ist schon mal gesehen. Ich habe mich erst mal schlau, warum, woher die Angriffe sind dazu. Mein Vater hatte falsches Zimmer. Wenn sowas tut, mein Vater hat mich auch für gewaltige und geistige Gefängnis wegen meiner Stimme als Himmelböhrer und beruflich Werkzeug benutzt. Wegen dem beruflichen Werkzeug bin ich im geistige Gefängnis gesteckt. Als Mann Gottes auch. Wurde ich gesorgt vertreten, als ich auf Bode groß wurde, wurde gezielt gefordert. Ich wurde angegriffen, gefordert, mit Gewänden, bei Wiedermärkten und mich geistige Gefängnis werden. Da habe ich über mich umgebracht, geistige Tod. Das ist Christ. Und ich darf vorher und habe alles Rest, Hose auf der Allzeit gemacht auch. Genauso wie 2000 Jahre wurde. Es fühlt sich auf unsichtbarer Ebene. So im Judentum passiert. So ist auch im Christentum passiert. Ich bin seit 2015 Meister Reichstag des Judentum. Nur mein Vater, Arbeitsgeber, hatte auch beeinflusst im Jahr 2010. Wegen dem Autismus. Viele Sachen musste er bei Arbeit geben. In 2015, ich habe auch beruflich Werkzeug, weil ich bin nur so mitgewaltig, kreislich Gefängnis gesteckt. Und das, mein kreislich beruflich ist, während des Heilkreises Dauer und dazu, Jesus Stimme zu hören. Als Himmelsbürger auch. Das ist auch Versuch gegen Menschenrechte. Man darf nicht was nicht machen. Also ich habe im Artikel auch, wenn ihr wollt, kann ich auch zeigen, wo das ist. Meine Eltern sind beruflich von König Jesu, auch Jesu aus geistige Gefängnis zu holen. Und nicht umgekehrt machen mit mir. Ich war auch Pfingstburgschule gewesen. Mein Vater war dagegen aus Gefängnis zu sein. Er kam nach und nach Gefängnis zu sein. Nur ich hatte auch solche Mangelergänzungen. Solche der Leute, die nicht raus aus Gefängnis haben, wie mein Vater, die will wissen, was er verkauft. Sein Verhalten will wissen, dass er nicht was verkauft, verdient, was er verkauft hat, dann seine eigene Firma verkaufen. Das ist Freundesverlag, früher war es also klar. Sein Verhalt der Dianus war auch gut, in die Fetigen falsch und sei. Ich möchte auch nun für den Neuen Beziehung auf seine Verhalten weise weltweit verkauft und verdient und nicht wie umgekehrt war. Aus dem Märchenfort habe ich gekündigt. Wie man verkauft ist Bücher, wie man recht mit Heil von König und Kreuzüberwachung, Behinderungszustand, Vollstände und frohe größere geistige Fingern soll. Ich zeichne die Börse und andere Dinge auch. Ich kann es hacken auch zeigen. Auch so was. Auch. Ja, Moment. Oh, das sind. Ich kann es hacken auch. Zum Beispiel Zeichen und Wunder. Solange wird der Reichsmeisterverhalt passiert, solche Wunder, Zeichen und Wunder passiert. Und das steht auch die Zeugnis. Auch was hier steht. Die 8 Stück, das ihr nachlesen kann. Auch hier. Und hier steht was Vorsprache. Diese soll wie rechtmäßig viel Versprechen. Auch was hier steht auch. Hier steht auch ganze Menge Versprechen. Auch die Thema sieht auch und so weiter auf. Der, der braucht rechtmäßige Heil. Wie Beine und seine Arme. Da muss doch viele Arme, da muss noch gehalten werden. Wie es auch ein kleines Baumes ist. Wie soll man die auch auszuteilen. Auch so viel. Wo ihr. Aber. Hier. Da war auch Wirrwarr. Wirrwarr. Ich war Kinder Schender auch gewesen. Hab ihn verfallen. Ich muss noch ein paar Schuhe. Und. Da wurde. Da hat sich auch. Der hat sich auch. Von. Die Schuhe. Der hat sich. Wir haben viele Leute wie Droge abhängen. Verbreiten. Mörder. Auch andere Dinge. Auch. Und wir haben auch. So ja. Wo bin ich. Wir. Wurde. Zum Schluss. Lande. Auch hier. Das lande wird. Und das beruht auf Fakten auch dazu. Und hier ist auch wieder Hölle auch gewesen. Das landet, wenn wir ungehorsam und sowas. Ja, das gibt so viele Sachen auch, dass wir sowas auch erleben und so weiter auch. Das gibt auch viele Sachen. Hier ist der Wirkenshalt, das ich auch vor Tagen gezeigt habe. Gezeichen. Der Wirkenshalt, das ist der Schnelligkeit. Die Schnelligkeit ist am zuschneiden. Nur so ist auch sechs Tage entstanden, die Mehrzeit auch. Ich weiß, wie es geht auch ungefähr auch. Wenn du den Grafkons erlebt hast, hat ein Glaube auch passiert. Dann weißt du, dass nur eine Woche, sechs Tage entstanden ist. Nicht mehr als fünf Jahre. Das sind Fehler, habt ihr gesagt. Und wir können auch beweisen, dass wir im Himmel und Hölle auch haben. Hier gibt es auch viele Berichte, wie diese Mehrzeit auch. Oder andere Dinge auch, es gibt so viel. Hier ist der Befund Wirkenshalt. Hier ist der Wirkenshalt, das bewiesen, dass es drei Einige-Heilkast gibt auch. Das können wir nicht beurteilen. Ja, hier ist so viel Sachen. Auch hier ist noch eine Höhle, aber jetzt ist so viel. Aber es sind meine Bürger, Zeugnisse und so weiter auch. Ja, das können wir auch. Mein Vater hat eine Umkehrphase beschlossen und viele Dinge falsch durchdruckt bekommen. Es waren meine Geister und Schuhe, die im Jahr 2007 Geburt haben. Wenn auch. Nur der Arbeit von meinem Vater auch. Von mir auch. Der Arbeit dieser Hex-Hoch-Gemmer, wie Jusufel, Bersche überbrot. Es gibt also viele Zeugnisse im Verlag, wie es rechtlich ist, weil es mündig wurde und nicht ein Element der Welt und vor. Deshalb, weil es verkauft, heißt es unsiegbare, greifliche Verkaufung, wie ich bin, wie ich so krank bin oder andere Dinge. Ähm, Altsundherzab, solche Menschen müssen auch geistig reif sein, mit raus aus Gefängnis raus. Geistige Gefängnis raus. Behinderung, man spätet gar nicht mehr so vor. Viele sind geistige Gefängnisse und kommen nicht raus aus den geistigen Gefängnissen und wird leben lang gepumpt. Wieviel sind die? Die wissen nicht, wie man geistige Gefängnis ausbrechen kann. Aber wenn ein Versuch ausbrechen, versucht er mich in geistige Gefängnis zu stecken. Der ärztliche Zuschauer ist Verstoß gegen Menschen, weil ich im Himmelsbügel bin und ich höre Stimmen. Das ist eine sinnvolle Stimme auch. Die ärztliche Verantwortung soll haben Besuch verweilen, weil ich beruflich mache. Ich habe Bücherlis und dann habe ich im Verlag auch mit beruflich, um mein Leben für das Herz zu tun. Was wir damals verkauft haben, sollen wir auch vertreten. Was wir verkaufen auch. Ich habe meine Arbeit vor Anspruch. Ich habe meine weitere Gebäude genannt. Ich bin im großen Bereich mit beruflich. Auch noch, ich halte nicht davon die Lärmung von der Füße 3 Begründung oder so. Die Versuch, die geistige Gefängnis zu schützen lassen, wenn ich reich wollte, als Himmelsbürger auch Stimme zu hören. Das ist eben, dies ist leider eine Erinnerung. Das geistige Gefängnis ausbrechen, das ist gegen Menschenrechtsverletzungen. Ich habe andere Lärmung, die unser Grundrecht aufgebaut haben. Alle Aktionen von 2006, 2005 habe ich beruflich gemacht, wie ehrenamtlich und hauptlich. Weil ich nach dem Lärmung, was ich vielleicht habe, so gelangt, was wir verkaufen, auch was ich beruflich benutze. Aber mach im ärztlichen Rang daraus, was ich beruflich benutze. Weißt du, das ist keine Krankheit, die Lärmung von Füße 3 ist nicht auf Grundrecht geschult. Es wurde übernommen, die Lärmung von Füße 3 gab es vor dem Grundrecht. Leider konnte es nicht um uns das Wort nach Grundrecht wie Füße 3. Es gab Fäxierungen am Bett, wie vorweg so, teilweise Diktatur herrscht immer herrscht. Obwohl, wie der Kriptim-Rat, die Lärmung herrscht. Weil wir immer mehr Leute gebildet sind, wie man es erkennen muss. Im Menschen in der Welt unterworfen, sind kein Paar, oder die haben durch Suche von Heidel. Geht auch Leid weg und krank weg. Geht auch Leid weg. Die können selber nicht weg werden. Wir haben bis an Feinde grenzen. Wie hoch passiert, wurde Versässer von Dämonen durch eine geschlossene Füße 3. Vollkommen weg mit die Menschen. Die wissen nicht, wie man ausschöpft. Die wissen nicht von Dämonen weiter. Die sind glaube ich vorbei. Anders denn, obwohl es eben die Lärmung von Dämonen gibt, ohne Kreuz und sichtbar Ebenen. Ihr Versuch regionenweise darzunehmen, obwohl es keine Region ist. Das ist kein Stadt, der drei Kreuz. Und insbesondere, dass es genauso wie Sturm gibt, oder China gibt auch. Dieses Kindverhalt ist pur Stuhlheit und unerzählt. Und wenn ich versuche, ihr seid falsch, fühlt sich beleidigt und so weiter. Aber wenn ich sage, ihr sollt nachprüfen auch. Aber die sind faulen und die verteidigen werden auch Zivilkindesverhalten. Und die sind stur auch. Weil ich habe doch Beweise, dass ihr Fakt auch das seht. Manchmal, was ich sage auch, beruht nicht als kundes Glaube sein. Nein! Wo wir landen, landen wir Himmel und Hölle auch. Weil die Austatik werden, die Arbeitsstimmungen gemacht und viel von anderen gelernt und sichtbar vorgemacht. Damit ich keinen Fehler gemacht werde. Ich war auch vergewiesen von ein paar Arbeitsverantworten, Leute. Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. 2006-2005. Ich habe Vorabschlugen zum Nachweis. Der Austatik hast du es nicht. Einmal der Arbeitssichtverlacht. Richtig auch vermisste Chaos. Klaus, wie YouTube. Vielen Dank für die Elemente und Worte. Wie auch die kleinen Grenzen des G-Zahl. Einmal 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 5. 5. 4. 5. 4. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 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 von der Menschheit. Es gibt auch Himmel und Höhle. Es gibt Verkürze davon. Wer heilig will, muss weiß erst mal, dass du auch mündig wirst. Er will über ein Männchen der Welt kreisen und auch kreisige Gefängnis kreisen, wie die Revision und andere Wörter. Ich weiß klar, wenn du nicht wachst, wie meine Mutter weigert, wie sowas im Moment der Welt. Ich habe ein Schild gesehen, wo dann recht mäßig heilt. Das ist der Schildmesser, den man jedem vorlesen kann. Das ist der Schildmesser, 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 aber hat mehrfach? Mehrfach ist das nicht ausreichend. Das ist nicht mit Liebe zu tun, Böse, Böse zu tun. Kein Fall, aber sie muss mehr aufwachsen. Erkenntnis gibt mehr, die Krankheit geht weg, die USA fährt. Sie starten im Gewürz und nicht verheißen. Sie starten auf Krebsinterruptionen, die die Hand für seit 2000 Jahren verfügen, wie es heute war, damit sie selber hochkriegen. Vor Angesicht der Fall. Ich hätte ein Gebetstab, Schengensohn, Kenneth Hacker, Hand oder Wortkrieg. Seht mir mit Proklamierer oder Revisionen auf, die Reaktive, die ich gezeigt habe, zum Beispiel diese Mehrzeit auch. Ja. Nur, ihr müsst meine Rechte respektieren. Das heißt, Manuel ist vollständig Gehalt von APZ. Es beruht allein im Vertrag zwischen Rekordes und Menschreichbühlen. Und wenn ihr versucht, ein geistliches Gefängniszustand zu diesem Rangort zu machen, das ist auch ein Gegen-Menschen-Reis. Meine Mutter hat es auf mich gewaltig im geistlichen Gefängniszustand. Das heißt, auch die Erweiterung wurde mit Bibel-Menschern, mit Bibel-Erweiterung, Jesus Christus nach der Erweiterung, Bibel-Erweiterung, mit Bibel-Erweiterung. So will ich. Ich gebe auch ein paar Shots, die haben auch Wörterung bekommen, dass die Zeichen des Heilkrafts nicht aufrechtergekommen wie Uwe auch selber. Wenn der aufrechter Kraft des Heilkreis gewandt, wäre es also kein Verwörter an Gott. Gab mir die Wörterung aufrechter Kraft des Heilkreis auch. Ich habe ein Bild auf. Man kann Lukas 10, 19 auch oder Markus 16 oder Matthäus 18 oder selbst Arnold Schulz-Merzer bauen. So. Ihr könnt, ich habe auch schon mal das hier sehen, wie war das hier. Ihr müsst. Da ist die Elemente wert und da muss ihr wachsen. Deswegen ergänzt die Krankheit viel weniger, weniger und da bis vorstehen. Und da, wenn die Elemente nicht einfach du stehst über die Elemente 2,99. Ja, wir werden da halt so oft totknappt und kommen auch oft auf. Die AlphaV sind fast sehr gesund. Wir arbeiten hier gut, Papa. Die Vielseitigkeit über die Kabelwälder auch. So. Hier in der Lasse 1 bis 2. Hier in der Lasse von Apo auch Video. Es wird pro Woche 1 bis 2 Video auch gemacht werden. So. Ich wünsche auch Gott gleich zu gut. Bis dann. Bis dann. Dann. Um. Genau. So. 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 So.